Applaus 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 So, haben wir mal einen guten Morgen noch hier. Gestern haben wir die Wahl an den Rüden-Sprecher durchgeführt, da ist man jetzt ganz schön, sie haben dann 50% teilgenommen. Und das Ergebnis möchten wir natürlich jetzt sehr verkünden bei den Mädchen. Das ist, denke ich, gerade die Ordnung, die haben sich gekehrt, das ist der Glückwunsch dazu. So, und bei den Jungs haben wir drei Kandidaten. Und die drei Kandidaten hat einer 45% bekommen, Oliver Stille, aber das ist der Pommel-Löbe, das ist der Jungs. Wie geht's weiter ab? Wir setzen uns später an, wir machen es vorher zusammen. Also, wir kommen direkt auf uns zu, die Corona-Sprecher liegt, und dann, vielleicht wird es euch für den Tag. Entschuldigung für den Tag. Die되 meat der Trudeln wurde. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.